Heute war ich an so einem Promotionstheater, das ist so wie Pantomime, nur ein bisschen anders, so total lustig. Auch wie wir uns vorgestellt haben, total, ja ich habe mich noch nie so vorgestellt, ganz witzig, echt total. Kann ich nur empfehlen, sowas machen, es ist sich schwer darauf einzulassen, aber es hat sehr Spaß gemacht. Wir haben voll viel gelacht, ja war schön, kann ich nur empfehlen. Ich weiß ja nicht, wie es im Proformationstheater, da musste man so, du hast ein Gefängnis und da muss es da so eine Bedeutung geben, so nur zu tun, so. Du hast einen Baum, ich bin der Baum, dann war dazu gehörter Rasen oder so, ich bin der Klemmtammer, war ganz witzig. Ja, oder so, total abgedreht, aber total witzig, echt total. So was habe ich wirklich noch nie so gemacht, so. Ja, ich habe ihr gekauft da ein Buch von, ich weiß, nie in so einem Theater, so, ich kann in ihrer Autos sprechen, auf jeden Fall, cool. Ja, hier gibt es so unendlich viele Kurse, echt toll. Ja, da wollte ich nochmal sagen.